Herzlich willkommen bei uns im Campus Sursee. Es freut mich, dass Sie bei uns sind. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen gerade ein Hotelzimmer. In diesem Bett schlafen Sie nach einem anstrengenden Tag. Aber zuerst müssen Sie noch ein bisschen arbeiten. Bei uns haben Sie modernste Seminarräume mit viel Platz für Firmenseminare und Workshops. Und noch mehr Platz für grosse Veranstaltungen, Kundenevents und Bankette. Jetzt einen frischen Kaffee oder eine kleine Pause in der Piazza. Aussen, Sie haben schon Hunger, dann empfehle ich Ihnen etwas Feines vom Grillen. Und auch am Abend wird es Ihnen heiß, wenn die Stimme kocht. Wir sorgen uns um Ihres Wohl, auch wenn Sie am Schlafen sind. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017